Folge jetzt einfach mal aufnehmen und dann bei der nächsten Folge das schauen, denn ich habe jetzt ein bisschen Angst aus dem Spiel raus zu zwitschen, denn dann kracht der Computer entweder ab oder das Spiel stürzt direkt weg und das ist nicht so wirklich super interessant, aber trotzdem mache ich das jetzt gleich nochmal, einfach mal umzusehen, was jetzt hier los ist mit den Sounds. So, Stufe 16 erreicht, sehr schön. Und Bronze, ja. Also irgendwas anderes habe ich jetzt auch nicht.